neuer tag neuer booster folge 1475 ja hallo und herzlich willkommen zum täglichen booster auf meinem kanal so ich möchte unbedingt mit einer collectors rare hier nach hause gehen krug der großzügigkeit das sind hier schon wieder zwei fliegender roter karpfen dann haben wir die monster-mischung pasusul gaia rüstung drachenpanzer diploman des meisters konohana sakuja majestätische absorption und nice noch eine secret rare schnuppiger majestätischer sternendrache und die sieht ja auch mal mega mega geil aus ich weiß dass der sternendrache der normale sternendrache eine der begehrtesten karten aus diesem set ist zumindest was die preise bei card market angeht den habe ich jetzt in der liste aber noch nicht gesehen oder ist mir nicht aufgefallen falls sie was wert ist blende ich euch das hier natürlich mit ein aber ja ein richtig geiles sei leid dass die zweite secret rare die wir jetzt hier aus diesem pack gezogen haben aus diesem display mega freue ich mich auf jeden fall bedanke ich mich bei euch auch wieder fürs zuschauen und ja wenn ihr wollt dann sehen wir uns und 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 Untertitelung. BR 2018